Ähhhhhh!! Ähhh państwo.... Verdammt!... Dieses Spiel ist soo.... Scheiße!! Naja, wir kommen auf jeden Fall bis zum 64., das ist mal ganz okay denke ich mal. Und ich weiß nicht, wie ich das in parts verpacken werde. Ich denke, ich werde jetzt erstmal die beiden als alten Part hochladen und dann jetzt nochmal hier neue Parts aufnehmen. Da war keiner, das weiß ich noch. Also, auf jeden Fall herzlich willkommen, wahrscheinlich zum neuen Part. Ich weiß es nicht so genau, aber ich denke schon, wenn ja dann, ich habe immer noch Angst vor dem Game. Der Slender erschreckt mich immer wieder. Das ist zum Kotzen. Also, jetzt gehe ich mal hier lang. Und ja, Vollpreistitel, den muss ich mal gucken. Also, wieso rede ich von Vollpreistitel? Ich kann den Titel sagen, also Penumbra. Da ist so viel Bock drauf. Ich sage es jetzt schon so oft, das tut mir auch leid, aber ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen. Aber naja, Amnesia Custom Stories habe ich auch mal umgeschaut. Oder, ja, was habe ich noch so? Auf jeden Fall eine Menge Spiele noch, die ich alle durchspielen will. Natürlich auf Let's Play. Und, ja, hier war der Nächste. Nicht. Ja, super. Ich habe schon wieder was passiert da. Wild. Gut. Wir sind jetzt beim zweiten Teddybär. Der dritte war hier genau. Da ist der lange Young mal wieder. Zum Glück finde ich den immer zuerst, weil wenn der im fünften wäre und dann... ...dann wäre ich dann hier reingegangen. Da könnte das Slender genau vor mir spawnen oder genau hinter mir, wenn ich mich umdrehe. Okay, aber so ist das sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Auch wenn ihr es wollt. Ich werde es nicht tun. Ich werde hier immer als drittes hingehen. Das klappt wunderbar und er ist spawnig hier. Sender, bitte, Moment, um jetzt zu spawnen. Okay, jetzt hast du mal Sinn. Du hast alles kaputt gemacht. Nee, scheiße. Direkt hier weiter war noch was. Oder ist da noch was? Nee. Hier ist der Nächste. Aber es ist genau da durchschnittlich, dann ist da noch ein Teddybär. Oh, Mann, ey. Duhm. Duhm. Genau, hier war der Nächste. Das ist mir herzhaft. Das Spiel, das geht um ein Kind. Ein Kind, das anscheinend in seiner Freizeit um... ...joa, gegen Abend so... ...in eine Grundschule geht. Oder in eine Schule überhaupt. Das ist jetzt mal sehr unklug eigentlich. Ich meine, wer macht sowas? Also klug ist es schon, das kann man nicht sagen. Aber naja. Das macht halt niemand. Das macht das Spiel unlogisch. Wäre es nicht, wäre es sehr logisch natürlich mit Sender, aber naja. Lex, mal wieder. Ihr seid ja nicht willkommen. Geht raus. Geht auch ab. Da war der Nächste. Äh, was ist das? Wie egal. Hauptsache es... Ah, es ist wieder ein Bank, wo ich mich rein beamen kann. Da bin ich unter der Map gelegt. Oh! Oh. Kann gar nichts machen. Oh, scheiße. Ich bin aber gespannt, äh... ...wie das jetzt mit der Cam geht. Ich frage mal ein paar Leute beim... ...für den nächsten Part. Jetzt sind sieben Teddybär noch hinten. Das ist gut. Nicht umdrehen, nicht umdrehen. Das sind meine sieben. Oh, scheiße. Du kannst mir die Suche machen. Wo ist der Achte? Nein, das Geräusch ist... Oh, fuck. Zu scheiße. Uah. Nein. Nein, nein. Ich guck dir nicht an. Du siehst mich nicht. Was ist nicht hier? Ich sie auch nicht. Ah, ah. Oh, Gott. Ich geh raus. Ich geh raus. Ich bekomme das Gefühl nicht los. Hier ist der Letzte. Nein. Keep out. Ja, leck mich am Arsch. Ich will hier raus. Da ist er. Scheiße. Ich schaff's. Nein. Ich schaff das jetzt. Ich schaff das jetzt. Das ist ja, der wird mich jetzt nicht... Der wird mich jetzt killst. Ich werde dich umbringen. Nein. Nein. Aber ich hatte noch alle. Er steht im Boden drin. Noch ein Versuch. Und los geht's. Okay. Neuer Plan. Wir gehen zuerst raus. Holen die Teddybär draußen. Dann gehen wir wieder rein und holen alle Teddybären drinnen. Dann können wir besser wegrennen. Auch wenn er immer noch genau vor unserer Nase spawnen kann. Wir haben... Er hat keine so große Fläche, wo er uns einfach vor 1000 Meter angreifen kann. Also, zuerst gehe ich jetzt da hin. Hol den Teddybär. Gehe da durch das Haus. Komplett nach rechts durch. Und das Spiel ist geschafft. Dann können wir das auch abhaken. Und dann ist das nächste Slender dran. Aber das ist dann aber ein anderer Tag. Weil morgen kommt erstmal... Entweder Amnesia oder Penumbra kommt auf an. Oder schon wieder ein Slender. Auf jeden Fall, ich werde alle durchspielen. Alle, die rauskommen. Und alle, die jetzt schon draußen sind. Okay, jetzt wusste ich es diesmal. So, die meisten waren ja rechts. Aber hier war einer drinnen. Hier war, glaube ich, der letzte, den wir aufgehoben haben. Diese Reihenfolge ist jetzt schlauer, weil dann können wir zuerst... Auf jeden Fall, äh... Auf jeden Fall, wie komme ich jetzt auf jeden Fall? Können wir auf jeden Fall dann den ersten Teddybär als letzten nutzen. Das heißt, wir haben dann alle. Und dann sind wir so schnell am Ausgang, wie es nur geht. Und das Spiel ist geschafft. Obwohl, jetzt könnte es sein, dass wir, wenn wir an der einen langen Stelle sind... Dass der dann genau vor uns spawnt. Ja, das Risiko muss ich jetzt mal eingehen. Aber wenn das klappt, dann bin ich hier happy und hab das nächste Slender durch. Jetzt gehen wir nach links und dann zurück zum... Ja. Die Karte ist unübersichtlich. Zurück zum Wilddurchlaufen. Das war mein Plan jetzt aber wieder kaputt. Jetzt bin ich mal Wilddurchlaufen. Weil die im Kopf gemärkte Position jetzt nicht mehr so ganz für mich klar ist. Obwohl, hier sind wir wieder am Anfang. Perfekt. Jetzt gehen wir da geradeaus. Dann ist dann links der Teddybär. Habe ich recht? Habe ich recht? Habe ich recht? Ja! Ich habe hier mal schön aufgespießt. Jetzt habe ich es. Jetzt schaffen wir es auch. Hier war nichts drin, wenn ich mich erinnere. Da war überhaupt gar nichts genau. Jetzt links abbiegen. Und den Teddybär holen. Fünfter. Jetzt kann das Slender kommen. Und genau jetzt kommen wir auch an die lange Stelle. Das macht den Plan jetzt wieder... Ja, jetzt wird schlimm für mich. Ich habe jetzt Angst. Jetzt ernsthaft. Ich habe gerade tierisch Schiss, dass das Ding vor mir kommt. Genau hier rein und dann da. Genau. Okay. Jetzt wird cycle. Schaffe ich das? Okay, er ist nicht da. Und dann haben wir die sechs Teddybären. Da fehlen noch sieben und acht. Oh! Nee! Okay. Okay. Du hast es so gewollt. Ja, scheiß aber auch. So, okay. Ich sagte mal, das war es jetzt mit den Aufnahmen. Ich muss jetzt erst mal wieder weg. Deswegen auch heute nur zwei Achtminuten-Parts. Aber naja, es wird ja nicht allzu schlimm sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und beim nächsten Mal kommt das hier und noch ein anderes Spiel. Das muss ich dann sehen. Ich sage da einfach mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich sage da einfach mal, bis zum nächsten Mal.